RAT TREUHT Yes, 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 yes Hallo, Herr Freud, Herr Psychologist, ich bin's, Herr Nelson. Guten Tag. Also, noch einen Tag mit dem Psychologist, Herr Freud. Ja, also, es geht mir nicht gut, aber es geht mir nicht schlecht. Ich bin nicht glücklich, aber ich bin nicht unglücklich. Ich bin nicht traurig, aber ich bin nicht nicht traurig. Ich bin nicht müde, aber ich bin nicht nicht müde. Nicht sehr wach. Ja, ich bin nicht krank, aber ich bin nicht ganz gesund. Und, also, es geht okay. Alles ist okay. Nicht sehr gut, nicht sehr schlecht. Also, es ist ein normaler Tag. Also, alles ist normal. Nicht, alles ist nicht besonders gut und nicht schrecklich. Also, ich weiß nicht. Ich bin nicht glücklich, aber ich bin nicht unglücklich. Ich habe keinen Hunger, aber ich bin nicht satt. Und, ja, ich bin nicht müde, aber ich bin ein bisschen müde. Also, es ist nur normal, Herr Freud. Es ist normal. Ich bin nicht glücklich, ich bin nicht unglücklich. Ja, es ist normal. Ganz normal, Herr Freud. Also, naja. Also, danke. Tschüss.